Dies ist ein weiteres Video zum Thema rationale Zahlen mit Klammern rechnen. Und das ist quasi der fünfte Teil. Ich hatte vorher schon was zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren und auch zu gemischten Ausdrücken gesagt, oder gemischten Termen sagen wir dazu. Und jetzt kommen noch die Klammern dazu. Ich habe hier nochmal die wichtigen Regeln für das Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren aufgeschrieben. Und in dem letzten Video hatte ich dann noch die Regel genannt, Punkt-vor-Strich-Rechnung. Die solltet ihr eigentlich schon kennen. Ich schreibe sie trotzdem jetzt nochmal auf. Die Punkt-vor-Strich-Rechnung ist wichtig. Und jetzt kommen noch die Klammern dazu. Klammern immer zuerst. So, mit diesen Regeln im Hinterkopf gucken wir uns jetzt am besten einen Beispielterm an. Erstmal wieder nur mit ganzen Zahlen, um auf diese Regeln konzentriert zu bleiben und nicht mit dem Rechnen beschäftigt zu sein. Ich habe mir hier ein Beispiel ausgedacht, wo alle Operationen drin vorkommen. Also mal, geteilt durch Minus und Plus. Und jetzt kommen halt noch Klammern dazu. Da sind eine ganze Menge von Klammern, aber Klammern sind nicht gleich Klammern. Denn ihr habt schon die ganze Zeit mit Klammern gerechnet, weil es war ja immer so, dass ich einen Term vereinheitliche, indem ich immer Klammer auf, Vorzeichen, Zahl, Klammer zu und dann noch weitere Operatoren wie Plus, Minus, Mal geteilt durch habe. Und dann gibt es auch diese Klammern, diese größeren Klammern hier. Und das ist jetzt das, was neu ist, dass ich Teile, ganze Teile in diesem Term durch eine Klammer zusammenfassen möchte, um ihn dadurch zu priorisieren, also zu bevorzugen. Und darum geht es in diesem Video. Als ersten Schritt mache ich wieder genau das gleiche wie vorher auch. Ich vereinheitliche diesen Term in der Form, dass ich immer eine Zahl mit einem Vorzeichen und darum eine Klammer haben möchte. Dann habe ich den Operator. Jetzt habe ich eine zusätzliche Klammer. Jetzt habe ich wieder Vorzeichen und Zahl. Und da mache ich jetzt auch nochmal eine Klammer drum, um das einheitlich zu haben. Dann habe ich hier den Operator, hebe ich wieder Vorzeichen und Zahl und eine Klammer. Hier habe ich den Operator. Hier fehlt das Vorzeichen. Wenn das Vorzeichen fehlt, kann ich ein Plus ergänzen und wieder meine Klammer. Dann habe ich hier wieder den Operator, Klammer, Vorzeichen, Zahl. Das passt. So, jetzt habe ich das Einheitliche, auch wenn es erstmal komplizierter aussieht. Aber ich glaube, es ist dann einfacher zu rechnen am Anfang. Später könnt ihr das natürlich weglassen. Dann macht ihr das im Kopf. So, zuerst wird diese Regel angewendet. Klammern immer zuerst. Das heißt, ich mache wieder so ein bisschen Blickschulung. Und zwar gucke ich mir die Operatoren an. Da habe ich den hier, das hier, das und das. Aber bevor ich jetzt mir angucke, wo sind die Punktrechnungen, was muss ich zuerst rechnen, muss ich erstmal in Klammer zusammenfassen. Das heißt, ich gucke mir hier noch gar nicht die Mal und die Plus an, sondern ich gucke mir erstmal diesen Teil hier raus. Den fasse ich zusammen und gucke mir erstmal nur diesen Term an. Und auf diesen Term, da kann ich dann wieder praktisch die Regel anwenden aus dem Video davor, aus dem vierten Video, Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Und jetzt kommt wieder Punkt-vor-Strich-Rechnung, aber nur auf diesen Teilterm hier angewendet. Und jetzt gucke ich mir an, ich habe hier einen Operator und hier, naja, hier habe ich einen Mal, das gilt also zuerst. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal nur diesen Teil an, nur der wird gerechnet. Ich habe also eine Multiplikation, jetzt wieder die erste Regel, Vorzeichen nach vorne, Minus und Plus. Schreibe ich nochmal hin, könnt ihr wie gesagt weglassen und im Kopf rechnen. So, das kann ich zusammenfassen, da kommt also Minus 4 mal 2 macht 8 raus. So, die Regel habe ich hier jetzt angewendet. Jetzt bin ich immer noch in dem Kasten hier, weil was jetzt noch fehlt, ist dieser Operator. Und die Minus 3, die habe ich ja noch gar nicht berechnet. Hier habe ich jetzt zwei Zeichen hintereinander, das geht nicht, deswegen klammere ich die 8 und betrachte das hier als Vorzeichen. So, jetzt kann ich wieder Addition anwenden, weil das hier ist eine einfache Addition. Ich fasse die beiden Vorzeichen zusammen und gerade Anzahl an Minussen wird zu Minus. Und hier kann ich die Klammer weglassen, weil sie vorne steht, also Minus 3. Habe ich Minus 3, Minus 8, fasse ich zusammen, macht also Minus 11. So, jetzt habe ich erstmal nur den Teil hier ausgerechnet. Und damit ich jetzt nicht durcheinander komme, schreibe ich das andere hier einfach nochmal ab. Mit den Operatoren natürlich. Hier steht jetzt Minus 2, ich lasse die Klammern mal so, vorsichtshalber. Hier steht das mal. Mein Ergebnis klammere ich mal auch ein, man weiß ja nie. Und hier kommt dann ein Geteilt durch und Minus 2. So, jetzt habe ich meinen Term schon mal eine ganze Ecke vereinfacht. Jetzt gucke ich, ob ich weitere Klammern zu beachten habe. Kann ja auch mal sein, dass die Klammern so ineinander verschachtelt sind. Ich habe jetzt aber nur noch die Klammern um die Zahlen mit dem Vorzeichen. Das kann ich so lassen. So, jetzt gucke ich, ob ich eine weitere Punkt-vor-Strich-Rechnung habe. Das heißt, ich gucke mir meine Operatoren wieder an. Da habe ich nur noch Punkt-Rechnung. Das heißt, ich kann einfach von vorne anfangen, von vorne nach hinten dann durchgehen. Und jetzt wende ich praktisch wieder die erste Regel an, Vorzeichen nach vorne. Ich habe hier also ein Minus, ein Minus und ein Minus. Kann ich mir nochmal hinschreiben. Minus, Minus, Minus. Und die Zahlen dahinter. 2 mal 11 geteilt durch 2. Und gerade Anzahl an Minussen wird zu Minus. Minus, also das ist mein letztendliches Vorzeichen. Dann habe ich 2 mal 11 geteilt durch 2. Und jetzt kann, also ich schreibe mir das lieber so hin. Jetzt kann ich das hier schön kürzen. Und dann kommt daraus Minus 11. So einfach geht das. Also, Rechnen mit Klammern bei rationalen Zahlen, da kommt eigentlich nur diese eine Regel dazu, dass ich die Klammern zuerst rechne, bevor ich mich um Punkt-vor-Strich-Rechnung kümmere und ich den Rest außerhalb der Klammern einfach erstmal außen vor lasse und nur die Zahl rechne, die jetzt hier innerhalb der Klammer rauskommt. Wenn ich, wie gesagt, mehrere Klammern habe, die ich verschachtelt habe, da eine Klammer und dann nochmal eine Klammer da drin, dann fange ich halt hier mit der inneren Klammer an, rechne die Zahl aus, die hier rauskommt und gehe dann zu der äußeren Klammer. Gut, ich hoffe, das ist klar geworden und man kann so ein bisschen ein Konzept erkennen und auch eine Regelmäßigkeit, die nämlich eigentlich immer wieder vorkommt. Und zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen auch verstanden habt.